Natürlich ist der preisliche Unterschied zu Deutschland sehr groß, aber auch der Service. Ich habe gemerkt, dass es sehr gut vom Service hier funktioniert. Und die Tatsache, dass es auch die Möglichkeit gibt, Nachbehandlung in Deutschland noch zu machen, in Frankfurt bei mir vor Ort, war auch wichtig. Und das ganze Paket war dann entscheidend. Untertitelung des ZDF, 2020